Hallo zusammen, mein Name ist Elmar Heidenthal. Ich bin Koch und Küchenmeister bei der Firma Nordkap und hier zuständig für die Systemberatung rund um Großküchentechnik. Und heute würde ich euch gerne was zu unserem i-Sensor, zu unserem Vakuumierer erzählen. Ich möchte euch einmal den Klassiker zeigen, mariniertes Fleisch vakuumieren. Zum einen habe ich hier zwei Schweinenackensteaks, zum anderen ein paar Hähncheninnenfilets, mariniert nach Gusto, wie das jeder für sich möchte. Ich lege sehr einfach in unseren i-Sensor, schalte das Gerät ein, befinde mich zu Beginn direkt im Auto-Modus und muss nur noch den Deckel schließen und der Vakuumiervorgang beginnt automatisch. Ihr habt gesehen, der Deckel öffnet sich automatisch nach Beendigung des Vakuumiervorgangs. Die beiden Weitel, die ich übereinander gelegt habe, kann ich einzeln entnehmen und das Gerät hat automatisch erkannt, wie viel Schweißzeit es für die Naht benötigt und wie viel Vakuumiervolumen es nehmen muss. Der Vorteil des vakuumierten Fleisches ist, dass meine Marinade viel schneller ins Fleisch eindringt, als wenn ich es ohne Vakuum marinieren würde. Das war's für heute. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit.